Du willst eine dreckige Fußmatte oder generell Textilien ohne einen Sprüh-Extrasionssauger schnell und easy reinigen, dann dranbleiben. Als allererstes natürlich den groben Schmutz absaugen. Danach nimmst du die Glyco 1 zu 5 gemischt und sprühst das Textil oder die Fußmatte schön satt ein, damit aber auch nicht tränken. Danach noch 2, 3, 4 Spritzer aufs originale Gloss Boss Scrub Pad und die ganze Fußmatte oder den Sitz oder den Teppich damit einscrubben. Die Stellen, die so ein bisschen mehr verschmutzt sind, natürlich so ein bisschen intensiver behandeln. Danach dann alles mit einem Mikrofasertuch schon mal grob aufnehmen, dass so die grobe Feuchtigkeit schon mal weg ist. Und mit einem Staubsauger, hier reicht auch tatsächlich ein ganz normaler trockener Staubsauger, alles einmal absaugen. Nochmal mit einem Mikrofasertuch hinterher wischen, trocknen lassen und ihr habt mit wenigen Schritten und sehr wenig Aufwand ein fast perfektes Ergebnis.